Jo, hallo und willkommen wieder hier auf meinem Kanal InCaf. Heute geht es mal um was ganz Besonderes. Also ich bin hier in Österreich, ich weiß nicht, ich hatte erst überlegt einen Tweet zu machen und den einfach reinzustellen, aber dann dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf. Ich mache jetzt einfach ein kleines InCaf-Video und dann gehe ich mal so ein bisschen drauf ein, weshalb ich denke, dass Skiros mich liebt oder er besessen auch von mir ist. Also er hatte ja sonst immer gemeint, so ich bin besessen, weil ich so ein paar Tweets zu ihm gemacht habe, aber alter, was bei ihm abgeht. Junge, ich weiß nicht, was für ein Film da fährt, aber er ist ganz, ganz wild am Start. Ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen drauf eingehen, was er so geschrieben hat, warum ich ihn ziemlich weird finde. Und ja, also Skiros, keine Ahnung, was mit dem seit einem Monat mal wieder los ist, aber der kann es einfach auch nicht lassen, mal ein paar Namen daraus zu nehmen. Also ich sehe wirklich permanent, schreibt mir Zuschauer, yo, Skiros hat das getweetet, hast du schon das gesehen? Skiros schießt gegen dich, der erwähnt dich in den Streams und so weiter, mache ich ja auch ab und an. Aber er scheint wirklich, also permanent irgendwie, gerade Meinungsblogger und so, sehr, sehr gern dran zu nehmen, um sich da irgendwie hoch zu pushen. Ich werde jetzt hier auf Inkef mal kurz drauf eingehen, für den Hauptkanal, keine Ahnung, ich weiß nicht, das reicht nicht für ein Video oder so, weil das ist auch Quatsch. Es ist wirklich Quatsch, vielleicht eines Tages, aber ja, ich habe so das Gefühl, er mag mich einfach sehr, weil er meinen Namen ständig in seinen Tweets schreibt. Ich kriege das gar nicht mit, also ich kriege das nur durch Zuschauer mit, weil ich habe ihn blockiert. Er hat mich mittlerweile nicht mehr blockiert, deswegen kann ich jetzt auch auf die Tweets zugreifen und deswegen gucken wir mal an, was er so in letzter Zeit geschrieben hat. Das Ganze geht nur einen Monat zurück, wir haben jetzt den 7.4., wo ich das Video aufnehme und ich glaube, den letzten Tweet, den ich hiermit rausgenommen habe, war irgendwie am 12.4., da habe ich aber auch viele Tweets noch rausgelassen. Das heißt, er ist auf Twitter wirklich sehr, sehr aktiv und hier auf so ein paar Tweets gehe ich einfach mal ganz kurz drauf ein. Zum Beispiel geht es um eine Doxing-Thematik, es geht darum, dass die Leute keine Ahnung haben, aber er hat sehr wohl Ahnung, gut. Ja, er geht auf viele Sachen ein und ich möchte jetzt einfach mal ganz kurz zeigen, was das alles so ist. Vielleicht ist das ja auch ein April-Scherz, weil es ist der 1. April gewesen, hier schreibt er zum Beispiel. Wir reagieren nun auf Alpha Kevin, der sich ebenfalls blamiert, außerdem reden wir nochmal darüber, wieso Doxing keine Straftat ist, ebenso wieso der Paragraf 126a keine Anwendung findet. Ich finde es ja lustig zu sagen, dass Doxing per se keine Straftat ist, weil Doxing per se ist eine Straftat. So, natürlich kommt es auch immer auf die Fälle an, auf die jeweiligen Fälle, aber zu sagen, dass Doxing keine Straftat ist, ist halt falsch, weil dafür gibt es ein paar Grafen, wo man sehen kann, es ist sehr wohl mit verankert in dem ganzen Gesetz. Also gibt es, by the way, hier könnt ihr auch gucken, der Paragraf 126a geht über Doxing und per se ist das eine Straftat. Also du kannst jetzt nicht sagen, es ist keine Straftat, also ganz, ganz komische Sache. Haut er zumindest immer mal wieder raus und er hat schon viel darüber gesprochen, dass es ja nicht strafbar ist und so weiter. Ich meine, ich lasse ihm jetzt mal in den Glauben, man muss auch an der Stelle sagen, er hat ja auch einen Kumpel namens Tobias Huch. Ich habe jetzt kein Problem mit Tobias Huch, aber ich sehe manche Sachen auch anders als er und ich hatte ja ein Gespräch mit Tobias geführt und dort habe ich ja auch gefragt, ja, woher weißt denn du das alles so juristisch? Also woher hast du dieses Know-how, dass du über Jura so krass sprechen kannst und sagen kannst, was richtig und was falsch ist? Und er meinte ja selbst, er ist Hobby-Jurist, also er beschäftigt sich Hobby-mäßig mit den Rechten und so. Also mit den Rechten klingt jetzt ein bisschen schwierig, aber ihr wisst schon, was ich meine mit den Gesetzen. Und deswegen hat er sich da sehr viel Ahnung und Wissen eingeholt. Und ja, er ist halt ein sehr guter Freund. Tobias Huch ist ein sehr guter Freund von Skirros. Skirros macht auch Werbung für Tobias Huch, indem er hier schreibt, wählt Tobias Huch in Bremen. Ich weiß nicht mal, ob Skirros die Werte von der FDP vertritt. Er gibt ihm halt einfach da durch den Push. Könnte ja machen, ist gar kein Problem, aber hat natürlich immer so ein bisschen Beigeschmack, weil es wirkt immer so, als würde Skirros einfach nur den Wurten von Tobias Huch folgen. Obwohl Tobias Huch halt selber kein Jurist ist und vielleicht auch nicht so der komplette Experte in diesen Themen ist. Wenn Tobias Huch jetzt, so wirkt es zumindest für mich, wenn jetzt ein Tobias Huch sagt, ja, dieser Paragraf bekommt er keine Anwendung oder das ist kein Doxing oder irgendwie Doxing ist ein Strafbar, da kommt dann ein Skirros und sagt, ja, das ist ein Strafbar. Aber so, setzt euch doch mal damit auseinander. Also so wirkt das für mich, dass er einfach nur das nachplappert, was ein Tobias Huch sagt und ich gehe mal nicht davon aus, dass ein Tobias Huch, nur weil er Politiker ist, automatisch Recht hat oder nur weil er sich seit über zehn Jahren mit Jura auseinandersetzt, dass er automatisch Recht hat. Wie gesagt, Tobias Huch hat nicht Jura zu Ende studiert. Er hat, glaube ich, nur ein Semester oder zwei Semester oder so studiert und danach aufgehört. Deswegen würde ich jetzt persönlich nicht automatisch diesem Wurten folgen. Es ist nicht, ich habe nichts gegen Tobias, aber ich würde jetzt nicht blind dem hinterherlaufen. Ich finde es, also zumindest wirkt es so, als würde das Skirros machen. Er sagt ja auch ständig, dass meine Zuschauer mir blind hinterherlaufen und nur Scheiße erzählen. Ja, ich meine, kann Skirros erzählen, das ist für mich okay, aber wirkt halt im gleichen Atemzug auch so, als würde er einfach nur das nachplappern, was ein Tobias Huch sagt und er sich dann rechtlich komplett sicher fühlen, dass er da richtig Ahnung hat. Okay, das war schon mal der erste Tweet, da ging es auf jeden Fall schon mal um mich. Wir können ja das Doxing-Thema dadurch schon mal ein bisschen abhaken, was das angeht. Skirros hat dann noch geschrieben, am 5. April, also vier Tage später, im Nachhinein ist dieses Video, da hat er das Unge-Video rausgehauen. Ich glaube, da hat Unge auf mich reagiert. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ne, ich glaube, Unge hat selber ein Video gemacht zum Casino-Verbot. Gut, ist es wirklich Comedy Gold? Erstens, es ist nicht illegal, auf Madeira zu gambeln. Zweitens wurde nie behauptet, wir leben woanders. Ich finde es aber lustig. Zweitens wurde nie behauptet, wir leben woanders. Ich finde es aber lustig, warum packt ihr denn eine Malta-Flagge in euer Profil? Dann streamt ihr von dem Greenscreen, obwohl ihr davor nicht von dem Greenscreen gestreamt habt. Warum? Also das wirkt ja schon komisch. Und warum habt ihr das immer so, ja was heißt vertuschen wollt? Also ihr habt ja nie irgendwas preisgegeben in der Zeit, wo das kritisiert wurde. Also das war schon sehr, sehr komisch, dass jeder dachte, okay, ihr seid wahrscheinlich nicht mehr auf Madeira. Also ich wusste schon noch, dass ihr auf Madeira seid, weil mir es einige gesagt haben, die vertrauenswürdig waren. Aber keine Ahnung, also naja, egal. Es ist auch ein anderes Thema. Mir ist es auch egal, wo die wohnen. Wenn es ja für die keine rechtlichen Probleme gibt, ist es ja gar kein Problem. Ich glaube, sie haben sich dann auch im Nachhinein darüber sich nochmal rechtlich beraten lassen, ob das nun erlaubt ist oder nicht. Und deswegen ist er jetzt hier sehr sicher und sagt dann auch, jo, wir sind auf Madeira oder wir haben das auch nie anders behauptet. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, man hat das behauptet, aber wenn man eine Malta-Flagge im Profil hat, dann wirkt das trotzdem sehr, sehr komisch. Viertens, Streamer behaupten, sie würden Twitch boykottieren, wenn Gambling nicht verboten wird. Spoiler, wurde natürlich nicht boykottiert. Es wurde nur Seiten verboten. Das stimmt tatsächlich. Es wurde, glaube ich, wirklich nicht boykottiert. Jo, es wurde nicht boykottiert. Ich persönlich habe auch nicht gesagt, ich hätte auch nicht Twitch boykottiert, weil es ist auch eine Einnahmequelle für mich. Also, das können vielleicht Leute machen, die scheinbar zu viel Geld haben und sich da easy abgesichert haben. Aber für mich wäre das schon nicht ganz so gut, wenn ich jetzt einfach mal Twitch boykottiere, weil die da Glücksspiel erlauben. Was ich nicht gut finde. Ich finde es nicht gut, dass sie Glücksspiel erlauben. Egal in welcher Hinsicht, ob jetzt mit Steak oder ohne Steak. Glücksspiel ist scheiße und lass es einfach. Fünftens, oh ja, jetzt kommt mal wieder Alpha Kevin. Okay, hier kommt noch öfter Alpha Kevin. Alpha Kevin sagt, es wurde unterbunden, dass wir Casino streamen, obwohl es bis heute nicht einmal passiert ist. Finde ich lustig, weil ich glaube, auf Twitch streamen die gar nicht Casino. Weil Steak ist ja verboten. Also, hier steht ja, dass wir Casino streamen, obwohl es bis heute nicht einmal passiert ist. Also, mir ist es jetzt nicht zu Ohren gekommen, ich habe es noch nicht gesehen, dass Orange oder Skirros der Zeit auf Twitch Casino streamen. Kann auch sein, dass ich es trotzdem mache, aber es ist mir jetzt so nicht vor die Augen gekommen oder vor die Linsen gekommen. Sechstens, Alpha Kevin sagt, er sei neutral im heutigen In-Cap-Video. Ey, das ist geil, ne? Der guckt einfach jedes Video von mir an. Finde ich wild. Im heutigen In-Cap-Video sagt er, dass er bei uns halt nicht neutral ist. Ja, man hat natürlich Emotionen. Also, ich glaube, jeder Mensch ist emotional und Skirros ist auch emotional und wahrscheinlich nicht zu 100% neutral, was meine Person anbelangt. Er würde jetzt sagen, ja doch, 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 bin ich. Ich rede ja nur über die Fakten und so weiter. Man ist immer mit ihm, es hat immer eine subjektive Ansicht, ist immer mit dabei und es wird auch immer ein Stück weit bewertet, danach, wie ist eine Person drauf. Und wenn ich jetzt im Hinterkopf habe, was ein Skirros alles schon getweetet hat, gesagt hat und wie er sich verhalten hat, natürlich wirkt das im Hinterkopf mit dabei. Und man mag ihn dann halt auch nicht so oder man bewertet dann Aktionen vielleicht etwas härter, als sie eigentlich sind. Ja, gestehe ich mir auch ein, dass ich dann nicht zu 100% neutral bin. Und kann sein, dass ich damals gesagt habe, ey, ich versuche so neutral wie möglich zu sein, aber es ist wahrscheinlich im Juni letzten Jahres gewesen, da gab es noch gar nicht diese Gamescom-Thematik. Und ab der Gamescom-Thematik oder ab diesen Tweets, wo man die Danny-Thematik für sich so ein bisschen genutzt hat, ab diesen Tweets war für mich auch diese Neutralität ein bisschen raus. Das muss ich ehrlich sagen, weil da habt ihr wirklich alles verspielt. Achtens, Twitch hat Gambling nie verboten. Ja, das stimmt allerdings. Twitch hat Gambling nicht verboten. Habe ich das gesagt, dass es per se verboten ist? Ich habe sogar in meinem Video gesagt, oder ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber da habe ich ja sogar diese Punkte aufgegriffen, dass Seiten halt verboten sind, aber Gambling an sich ist nicht verboten. Ja, da hat er recht. Neuntens, Alpha Kevin kann nicht mal richtig lesen, was Twitch damals für einen Text zum Thema Gambling veröffentlicht hat. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe das eigentlich durchgelesen. Weiß ich nicht, ist aber jetzt auch schon über ein halbes Jahr her oder ein Dreivierteljahr teilweise schon her. Alpha Kevin kennt nicht mal den Unterschied zwischen Gesetzen und AGB. Ich erkenne schon den Unterschied, sicherlich, aber am Anfang hast du auch ganz schön gestruggelt, oder Skrulls? Als ich das angesprochen habe, warst du ziemlich kleinlaut und hattest kurz Angst gehabt, habe ich so das Gefühl gehabt. Und dann hast du gemerkt, oh ja, ne, die Gesetze stehen dann über den AGBs und die Gesetze erlauben das und so weiter. Und seitdem fühlst du dich halt sehr, sehr groß und mächtig. So habe ich das Gefühl und dementsprechend kann er jetzt natürlich im Nachhinein nochmal große Töne spucken. Erlaube ich ihm, kann er machen, aber man merkt einfach, Alter, Junge, er macht ja einfach einen übel langen Tweet, um halt noch viermal auf Alpha Kevin einzugehen. Finde ich sehr spannend, dass er auch meine ganzen Videos schaut. Auch super gerne ein Like da lassen, das würde mich auch freuen, lieber Skrulls. Man sieht einfach, wie viele Fake News verbreitet werden, um anderen zu schaden oder um im Mainstream gut anzukommen. Ja, ja, definitiv. Es ist so traurig, wie die mit ihrer Reichweitenverantwortung umgehen. Das finde ich, Junge, in den Casino-Streamer sagt, dass es traurig ist, wie die mit der Reichweitenverantwortung umgehen. Bro, also Junge, hast du dir mal die Gefahren von Glücksspielsucht, hast du die schon mal durchgelesen oder dich darüber schlau gemacht? Ich dachte, du machst dich über Sachen schlau, dann mach dich vielleicht mal darüber schlau, wie gefährlich das ist, wenn Leute glücksspielsüchtig sind. Also crazy einfach, wirklich. Also was ist mit dem los? PS, natürlich gab es bis heute für die ganzen Fake News und Diffamierungen uns gegenüber keine Entschuldigung. Ich entschuldige mich zutiefst. Ja, bei Skrulls, er ist ein absoluter Ehrenmann, unfassbar. Also wirklich, ich kann es gar nicht in Worte fassen, was für ein toller Mensch er ist mit seiner Steak-Kette und seinem Free-And-Rotate-Geschrei am TikTok-Stand. Okay, Skrulls hat noch geschrieben am 5. April, am gleichen Tag. In den nächsten Tagen erhalten mehrere Streamer und YouTuber Post von meinen Anwälten in ganz Deutschland. Viel Glück und Spaß damit und wenn ihr die Briefe lest, von Herzen kommen die, wer, wie, wo, was, erfahrt ihr dann alle in den nächsten Tagen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wer damit gemeint ist. Ich habe eigentlich in letzter Zeit gar nichts weiter gesagt, gemacht. Vielleicht geht es um Tim Jacken, vielleicht auch mich, ich weiß es nicht. Ich habe noch nichts erhalten jetzt am 7. April. Ja, wird sich dann zeigen. Ich weiß auch nicht, was für ein Grund, ob es jetzt, vielleicht macht er das auch wegen der Impressumspflicht oder so. Er hat da so Sachen erzählt, es war unglaublich. Da ging es um die Impressumspflicht und dass man doch eine ladungsfähige Adresse braucht und dass man doch da auch die Privatadresse angeben sollte oder so. Das hat Skrulls in der Art gesagt und das ist eine ganz, ganz schwierige Sache und da hat er sich wirklich auch noch ganz groß gefühlt. Hier ging es sogar noch mal darum, warte, das war dann am 3. April, also zwei Tage zuvor, wie sich Twitter und Twitch-Zuschauer einen Strafprozess vorstellen. Kläger, Herr Richter, Person X hat meine Adresse ins Netz gestellt. Das ist eine Straftat nach § 126 Richter, der Paragraf findet aber keine Anwendung für das einfache Veröffentlichen von der Adresse. Neben Kläger, typischer Twitch-Zuschauer, bitte was, versuchen Sie im Ernst, Herr Richter, gerade das Doxing zu relativieren? Haben Sie sich schon mal die Moralfrage gestellt? Nein, Richter, wir sind ein Strafgericht und kein Moralgericht. Junge, ich schwöre, er hat, also, ey, nimmts mir nicht übel, ne, aber es wirkt halt so, als hätte er die ganzen Informationen von Tobias Huch aufgesaugt und jetzt auf Twitter gestellt mit diesen Moralfragen und sowas. Ja, selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie es in diesem Fall aussieht, aber ich finde es lustig, dass Skrulls es immer so wirken lässt, als hätte er so das Jura mit Löffeln gefressen und er weiß ganz genau, worüber er redet. Am Ende des Tages wird sich entscheiden, ob das rechtlich okay ist oder nicht okay ist, was Orange dort gemacht hat. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich hoffe, dass er da bestraft wird dafür, weil es offensichtliches Doxing ist. Und, ja, also, für mich eine ganz einfache, für mich eine ganz einfache Sache. Wie gesagt, ich persönlich bin kein Richter, ich bin auch kein, ich bin auch kein Anwalt. Ich kann mir darüber jetzt nicht unbedingt ein Urteil bilden und sagen, ja, es ist safe, dieser Paragraf, da wurde verstoßen und demnach ist das rechtlich belangbar. Ich habe davon keine Ahnung, aber ich finde es immer lustig, wie er so tut, als wäre er irgendwie Anwalt. Bro, du bist ein Casino-Streamer, Mann, du bist ein Casino-Streamer, der es damals gerechtfertigt hat oder mir gegenüber gerechtfertigt hat, dass er ja Geld braucht oder dass er ja sich absichern möchte, weil er damals vielleicht nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat und dadurch halt lieber die finanzielle Abhängigkeit oder Unabhängigkeit gern hätte. Ist ja okay, kann man machen, aber man soll es sich dann vielleicht nicht so ausspielen und so tun, als wäre man hier Anwalt. Also, so wirkt es zumindest. Okay, Skiros hat mich hier wieder in seinen Tweet reingenommen. Das war auch am 1. April, also alles im April bisher, was wir so mit angeguckt haben. Wenn du krass cutten kannst und viel Geld verdienen willst, dann lies diesen Tweet. Zuverlässigkeit, kann es absolut nicht leiden, bla bla bla. Ja, YouTube-Reactions hochladen, dazu zählt auch ein Thumbnail-Titel und so. Ja, als Casino-Streamer muss man das, also das ist halt auch wirklich stark, als Casino-Streamer musst du halt auch einfach dir noch einen Cutter suchen, weil man selbst halt auch so beschäftigt ist mit seinem Leben, weil man muss ja schließlich die ganzen Tweets verfassen. Das kann man nicht alleine hinbekommen. By the way, ich mache noch alles alleine. Für die Leute, die fragen, wer die Reactions hochlädt oder wer streamt, das bin zufälligerweise ich, wer die YouTube-Videos und so weiter schneidet. Das mache schon noch alles ich. Aber na klar, gut, ich meine, als Großverdiener wie Skiros, das musst du halt auch einfach da die Cutter einstellen. Ist auch okay, kann man natürlich machen, machen ja viele so. Okay, was wird er denn hier geschrieben? Menschlich darfst du kein Grüppel sein. Digga, was ist das für eine Aussage? Du darfst kein Freund von Fake News sein. Ich will keinen Kanal wie der von Tim Jacken, Alpha Kevin oder anderen YouTubern. Also er bezeichnet meinen Kanal als Fake News Kanal. Sehr, sehr nice Sache. Du darfst kein Problem mit Casino-Content haben. Du darfst kein Simps sein. Okay, bro, what the fuck. Du musst logisch Schlussfolgerungen können. Auch sehr wild, aber sehr wild Skiros. Anerkennen, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt. Junge, ey, also bei ihm, es gibt mir immer wieder Vibes von, ich kann es gar nicht aussprechen, was ich, wie die Vibes sind zu ihm. Die sind echt sehr, sehr unangenehm, die er so vertritt. Und er, ich weiß nicht, also bei ihm, ja, da bekomme ich so langsam starke Schmerzen, wenn ich mir das so angucke. Das ist halt die, warte, das hat er am 2. April, auch wieder am April. Das ist gar nicht den März, den wir hier mit behandeln, sondern es ist fast nur April. Also alles die letzten sieben Tage. Das ist halt die Auswirkung von Influencern wie Alpha Kevin und Hans Verbot. Selten so dumme Menschen zuvor getroffen. Was wurde hier geschrieben? Lass den Koksen seinen Jungs, das verdirbt den Charakter. Nein, jetzt haben sich meine Kopfhörer abgeschalten, aber ich höre ja eh nichts. Ist ja alles entspannt. Wenn du Kick so toll findest, warum verpisst du dich nicht endlich? Oder hast du die Reichweite von Twitch noch so nötig? Oder liegt es doch daran, dass du bei Kick einfach nur Bots als Zuschauer hast? Ich finde es sehr lustig, dass er hier sagt, dass es die Auswirkung von jemand wie mich, der, ich habe es gar nicht, ich habe es gar nicht als Fakt behauptet, dass mit Bots gearbeitet wird. Ich habe gesagt, es sieht so aus, aber, oder es wirkt so, aber ich habe nicht gesagt, dass es so ist. Ein Tanzverbot hat das gesagt, ja, aber mir das jetzt auch vorzuwerfen, finde ich, ist falsch. Ja, ist einfach falsch. Aber da haben wir den lieben Skurros, der ja immer, der ja immer Ahnung hat, wie man sich äußern kann, sollte und wie es halt nicht belangt werden kann. Eine Frage nochmal für mein Gedächtnis. Was hat Alpha Kevin noch gesagt? Ab welcher Summe würde er nochmal über einen Casino-Deal nachdenken? Ach so, ich habe in einem Spotify-Podcast, habe ich gesagt, weil gesagt wurde irgendwie, jo, ab wie viel Geld würdet ihr einen Deal annehmen und so. Ich habe gesagt, ich kann gar keinen Deal annehmen, weil ich nie auf diese Nachrichten von Casinos reagiere. Das heißt, für mich kommt das gar nicht in Frage. Also es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass ich einen Deal annehme. Dann wurde halt diese unrealistische Frage gestellt, ja, aber was ist, wenn du jetzt 50 Millionen beispielsweise, also was ist, wenn du jetzt extrem viele Millionen auf dein Konto bekommst für deine Reichweite und die geben dir das oder du siehst diesen Berg an Geld. Und dann haben wir so gesponnen darüber mit, jo, dann könnte man ja so ein Hilfszentrum gegen Glücksspielsüchtige oder für Glücksspielsüchtige einrichten und man könnte noch viel mehr Gutes tun, als man vielleicht Leuten schadet. Aber ich muss revidieren. War keine schlaue Aussage von mir zu sagen, jo, bei 50 Millionen kann man vielleicht mehr Leuten etwas Gutes tun, als dass Leute geschädigt werden. Ne, eigentlich jeder, der geschädigt wird, ist einer zu viel und die Aussage möchte ich revidieren. Ich würde es auch nicht für 50 Millionen machen, ich würde es gar nicht machen. Ich würde es wirklich einfach gar nicht machen. Ähm, also bei Glücksspiel per se ist eine schwierige Sache, weil Glücksspiel kann ja auch schon sein, irgendeine Lootbox oder irgendeinen Ingame, wo du eine Skin kaufen kannst oder so, oder irgendwie eine Box da kaufen kannst. Ist immer so differenzierter zu behandeln. Ich finde das auch kritisch, aber finde ich jetzt nicht so krass kritisch, wie zum Beispiel CSGO Cases, wo du halt einen echten Wert wieder rausbekommst. Ne, weil das hat eher so diese Casino-Vibes und halt direkt Casino. Das finde ich auch ein bisschen kritischer. Okay, ja, hier nochmal der Zusammenhang mit Tobias Huch, weshalb das so alles ein bisschen komisch wirkt. Das würde er ihm nur nachplappern. Flying Uber hat geschrieben, würde Orange es beim Liegen fremder Adressen mal so genau nehmen? Irgendwie hat er hier ein Netz-DG-Dings bekommen von Twitter und Skirrus hat da geschrieben, da merkt man mal, dass du keine Ahnung hast, von du redest, weniger Solmecke konsumieren. Hier dieses, guck mal, hier wird Solmecke auch wieder so ein bisschen gebächt, habe ich so das Gefühl. Das ist genauso wie bei Tobias Huch. So als, er hätte so Solmecke in keiner Art und Weise Ahnung bei dem, was er erzählt. Junge, Solmecke ist ein studierter Anwalt seit, wer weiß, ich weiß nicht, seit 20, 30 Jahren und die lassen es halt so wirken, als hätte er keine Ahnung vom Recht. Finde ich sehr wild, dass es von jemandem kommt, der, ich weiß nicht mal, ob Skirrus überhaupt einen Abschluss hat. Ich finde es immer sehr wild, dass Skirrus überhaupt da irgendwie sich ein Urteil bilden kann, so etwas über einen Solmecke zu behaupten. Finde ich tatsächlich sehr traurig. Und bei Tobias Huchgenau das Gleiche. Finde ich auch nicht okay, Solmecke so darzustellen, er hätte ja keine Ahnung von Jura oder als würde er die ganze Zeit grobe Fehler begehen. Finde ich wirklich Quatsch. Und deine Teilnahme an Mobbing ebenso uncool. Junge, das ist Mobbing. Also, sorry, aber wer sich hier so krass in so eine heftige Opferrolle die ganze Zeit stellt oder sich so heftige Schnitze erlaubt, der braucht sich nicht wundern, dass Leute sich Späße über ein Orange erlauben. Ja, also Orange provoziert ja die ganze Zeit diese Situation. Selber dran schulden, meine Augen. Skirrus schreibt auch hier nochmal im 1. April, verrückt, Doxing ist nach Strafgesetzbuch in Deutschland nicht strafbar. Wie gesagt, es gibt ein Gesetz, da steht schon, Doxing ist strafbar. Vielleicht nicht in diesem Fall, das wissen wir nicht, aber Doxing per se ist strafbar. Ja, aber das ist halt Skirrus. Alles gefühlt im April jetzt die letzten Tage gewesen. Da gibt es natürlich noch unzählige weitere Tweets, wo ich sagen würde, da kann ich mir nur an den Kopf greifen. Man merkt einfach, der möchte die Aufmerksamkeit, er bekommt in gewisser Art und Weise natürlich auch die Aufmerksamkeit. Jetzt auch mit dem Video, jetzt hat er wieder was, da wird er bestimmt wieder drauf reagieren auf so ein Video. Ich finde es auch lustig, jemand, der mich gestrikt hat, weil ich auf seinen Content reagiert habe, reagiert auf meinen Content und fühlt sich halt auch krass. Also ganz ehrlich, es ist einfach armselig. Es ist einfach armselig. Er redet von Heuchelei, aber selber, keine Ahnung, man. Keine Ahnung, wie ich das beurteilen soll, wenn jemand mich strikt wegen einer Reaction, aber selbst reagiert er unter anderem auf meinen Content. Finde ich, ist eine sehr wilde Nummer. Respekt dafür, muss man ehrlich sagen. Also das ist schon ein großes Rückgrat und ja, Skirrus, Liebe geht raus. Er ist wirklich einer der schlauesten Menschen, wenn ihr mich fragt. Ja, er macht schon sein Zeug. Skirrus, vielleicht wirst du dich eines Tages nochmal ein bisschen mehr selbst reflektieren und merken, dass du nicht ohne Grund für viele Menschen ein unangenehmer Mensch bist. Zumindest wirkst du so für sehr, sehr viele. Ja, damit bin ich raus. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es ist ganz schön dunkel geworden, aber ich habe jetzt hier auch kein Licht oder so, wo ich sagen kann, die Kamera macht es dadurch besser. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. War mehr so ein Real Talk, ein bisschen auf seine Tweets mal eingegangen und das war's. Macht's gut. Ciao, ciao und danke schön fürs Zuschauen. Liebe an euch. Bye, bye.